Mein Name ist Michel Ries. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Verlustfahrer. Ich werde das Jahr mit den ersten Olympischen Spielern, die zu Tokio war. Das war ein ganz schwerer Parkour, den wir viel weiter fanden. Wenn wir gehen können, dann denke ich auch, dass wir einen flotten Kippern, einen starken Kippern, um die Paare zu holen. Natürlich probiere ich ihn nicht mehr so entspannt für Menschen zu bleiben, um die Paare, aber auch einen engen Fokusseyer zu sehen und ich denke, dass das wichtig ist. Ich denke, die größten Challenge sind mit der Corona-Pandemie natürlich, mit den Kursprogrammen, die ich alle im Moment gerne tue. Weil er da einfach sich zu beweisen, an die passenden Punkte zu sammeln, für Startplätze zu finden. Das ist natürlich super, hier in Deutschland zu vertreten. Das ist der größte Sport-Effinament auf der Welt. Und als sportlicher Karriere ist eine Partizipation und Olympische Spieler natürlich immer ein Highlight. Team Lützebusch – zu summen, jeden Ziel.